Und wir machen uns jetzt auf den Weg zur Subway-Station, um dann nach Chinatown zu fahren. Dort machen wir Brunch. Hunger! Wir waren gerade im Jingfong-Restaurant. Und es war ziemlich verrückt. Geschmeckt hat es mir mittelmäßig, muss ich gestehen. Ganz gut. Aber ich könnte jetzt was Süßes gebrauchen. Oh ja, Kaffee. Jetzt bin ich wieder. Ich bin ein Maximum bater dem Etafi. Wir kennen uns jetzt auch mal ein paar Summen. Ich habe auch schon mal die Stadt in der Kaffee. Wir haben eine große Flachbente. Ich habe mich heute vehicle. Wir können es auf die Flachbote erwarten. Und wenn Sie hier sehen, dann kommt die Flachbote. Und es ist mit Lachengen. Also, wir sind jetzt auf der Highlight. Was ist das, das Highlight heute? Das ist das Highlight. Die Highlight ist eine stillgelegte Bahnstrecke und darauf haben sie jetzt ganz viele Pflanzen angebracht und das ist so ein bisschen eine Spazierstrecke mitten durch Midtown. Aber ich muss schon sagen, ich bin schon etwas müde von unserem ganztägigen Trip hier durch die Stadt. Das ist das Highlight. Das ist das Highlight. Das ist das Highlight. Das ist das Highlight. Das Highlight. Das ist das Highlight. Ich war nicht noch. Untertitelung des ZDF, 2020